schönen guten abend noch mal bestenfalls wenn alles so läuft wie geplant findet ihr dieses video direkt nach those who remain was ich eben gerade in der realtime jetzt eben angespielt habe und da habe ich von einem anderen spiel erzählt dass ich auch vor kurzem angespielt habe das heißt light matter und nicht etwa light matters natürlich aber auch denn licht ist super wichtig in diesem spiel wir werden mal kurz hier im moment weiter ich will aber eigentlich neu starten schon direkt alles falsch gemacht ich wollte nämlich neu starten mal gucken vielleicht startet er ja automatisch auf jeden fall ist es ein spiel was das thema licht ähnlich angeht allerdings dynamischer moment hier läuft irgendein video oder dachte gerade hier läuft gerade irgendein stream so ok ich bin hier in ich glaube das ist dass ich muss noch mal neu anfangen wiederholen das ist nämlich nicht der anfang jetzt bin ich aber gespannt vielleicht doch ne ich hätte schwören können das nicht der anfang aber gut wir werden gucken ich schiebe mich mal hier hin doch reicht doch jetzt bin ich jetzt bin ich jetzt bin ich jetzt bin ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Vermin von einem Mann hat erlaubt, dass er das als weitere Beweis auf dem Board benutzt wird. Während wir das Thema beschäftigten, hat ein von meinen Arbeitnehmern herausgefunden, seine Planung zu überladen und die gesamte Facilität zu zerstören. Glücklich haben wir James und ich, bevor es zu late war. Arthur bezahlt, was er getan hat. Aber nichts kann die Betriebe. Falsch gesprungen. Fuck. Ok. Ok, jetzt aber, jetzt kriegen wir es hin. Schnell. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, ob das der Anfang ist. Komisch. Könnte sein. Ok, es ist auf jeden Fall nicht der Anfang. So, ich gehe nochmal ins Hauptmenü. Weil, äh hier, wie kann ich denn Level Auswahl? Der allererste. Da seht ihr, ich habe nämlich auch schon einige. Ach du, ich gehe. Da. So. In der Muntann, bevor dieser Facilität, Arthur und ich zusammenarbeiten, zwei Wochen an Ende, um die ersten Fotonkontaktoren zu Ende zu Ende zu Ende zu Ende. Alle diese schäden, dunklen Nights. Und plötzlich, ein Verlust. Eine Welt von Licht hat uns beschädigt. Es war sehr kassierig. Ok, jetzt. Du hast mich nahe vor der Korn. Aber die Quaker sind, ähm, warte. Sag mal, das ist doch so weird, ne? Warum, warum kann ich... Alter. Da wird man doch wahnsinnig, oder? Da stimmt ihr mir alle zu. Die ganze Zeit läuft was im Hintergrund und man merkt es nur so halb. Und ich habe ja jetzt schon eins ausgestellt. Wie lange lief das denn jetzt? Na gut, paar Minuten. Aber echt, der labert die ganze Zeit. Warum kommen da keine Untertitel? Alles total weird. So, jetzt will ich aber immer noch den Anfang spielen. Hier, den. Warum kann ich das nicht einfach neu starten? Habe ich ja noch nie erlebt. Das ist schon wieder die Scheiße hier. Na okay, aber das ist wohl der richtige Anfang. Okay, also. Diesmal kommt ja kein Audio. Das stimmt schon. Das ist schon wieder der Grund. Zurück. Was geht denn? Das ist schon wieder der Grund. Das ist schon wieder das Internet. Und das ist ja der Grund, was es ist. Und das ist ja auch der Grund. Die Sack ist ja ein paar Jahre. Das ist ja der Grund. Die Sack ist ja das Gefühl. Und da ist ja auch der Grund. Und da ist ja das. Ihr seht natürlich, warum ich direkt an Those Who Remain denken muss, auch weil, wie wir gleich erfahren werden und auch schon erfahren haben, der Schatten hier auch alles tötet. Auf eine andere Art, aber es ist dasselbe. Hier war offensichtlich eine große Party, die leider sich nicht so entwickelt hat, wie die meisten Partygäste wahrscheinlich erwartet haben. Die haben hier einen Durchbruch gefeiert und dann ist alles schief gegangen. Die Technologien möchten Banker, Investoren und all diejenigen, die ihn für dieses Launch-Event haben gefeiert. Für diejenigen, die auf der Publiktour haben, hallo. Ach, hier? Auch nicht. Wahrscheinlich einfach nur... Hm, springen. So. Ich wollte wirklich nur gucken. Shit. So, das Ganze nochmal. Hopps, hopps, hopps. Schöner. Schöner. Es gibt mehr von Ihnen. Uh, waren Sie Teil der Publiktour? Wenn so, ich habe gerade ihr�atet, die Tour Guide. hey ok retten jetzt oder meckern da sieht man die maschine hätten die versuchsanordnung ja irgendwas ist da massiv schief gelaufen der große rote dach ich mag nicht wie der mit mir redet das kann ich nicht leiden ich weiß, dass es schwierig ist, nicht zu schauen, dass die scientifische Wanderung das ist wie Matter, aber der Spannung ist vorbei keine Angst, meine Facilität ist stark auf den Elevator perfekt der Elevator wird dich direkt zu unserer Outpost wenn du da bist, Journalisten wird sofort versuchen, zu sagen in deinem Mund aber stehe stark und erzähle ihnen, dass Virgil, der CEO von Light Matter Technologie hat deine Leben und dass die side-effekte sind unter Kontrolle good-bye die 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 Und jetzt sind wir nämlich an der Stelle, die vorhin so weird angefangen hat und ich die ganze Zeit dachte, das ist am Anfang, aber nicht ganz am Anfang. Jetzt habt ihr zumindest das Intro nochmal mitbekommen. Wie ging das nochmal hier? Die Schäden sind gefährlich. Geh weg von der Schäden. Lass uns das machen. Man stirbt häufig, also man kann viel ausprobieren. Und dann können wir die Schäden. Oh, ich liebe die Schäden. Ich liebe die Schäden. und sie werden am Ende ihrer Arbeit erreichen. Ein Geflüchtlingsplan ist in der Entwicklung. Bis zum nächsten Mal, dass die Schäden Sie können. Denken Sie, der Boden ist Lava, nur mit Schäden, die organischen Materialien absorbieren. Danke. Die Schäden Sie, die Schäden sind in der Mitte. All right, now. Here's the plan. The elevator dropped you to the center of the mountain, and the only functioning exit is at the top. Follow the green exit signs, and you'll get there. Just do exactly as I say, and you'll be fine. If you want to complain about that, well, I can't hear you. Just realize how fortunate you are. You've extended your tour through light matter technologies. Geil. Okay, jetzt habe ich beide, aber was. It's unfortunate that the board voted against installing microphones throughout the facility. Their main concern being ethical ramifications. Good thing, we still have cameras. Ja, wie kann ich da rüber kommen? Ich kann das ja natürlich hier machen, aber ich kann... Ach, wieso ist es jetzt hell? Äh... Ach, jetzt habe ich ja natürlich das Licht. Ja genau, das ist halt genau das, was ich euch zeigen wollte. Genau diese Art Spielerei mit Rätseln. Das ist allerdings ein bisschen so wie in dem letzten Spiel zu dem Thema, das ich euch gezeigt habe. Und hier gibt es dann eben noch die Ergänzung, dass man auch dynamische Lichter benutzen kann. Ah, excellent. Do you see that lamp down there? Pick it up. Wie man hier sieht. Äh... Wie kriege ich das? Wie kriege ich die? Kann ich da einfach hüpfen? Oh, okay. Das sah nicht so aus. Handy, nicht wahr? Fokusgruppen nennen sie sie heavy and clunky. Ich nenne sie sie weak and stupid. In den Händen eines capables Miners, diese Lamp wird in einer ihrer feinsten Art. Man kann sie also nehmen und jederzeit hinstellen. Und dann kann ich zum Beispiel eben hier drüber... Ups, oh, tut mir leid liebe Kopfhörer, Hörer. Ähm, ich nehme an, ich kann da einfach so dann springen. Ja. Einfach mal einen Ticken zu weit gelaufen, ne? Ach, stimmt. Schwarz ist ja Lava. Schwarz ist Lava. Äh... Okay, wo dann? Oh. Auch eine sehr interessante Konstruktion hier. Das... Okay. Was kann man machen? Im Zweifel einen Button drücken. Hm, was sonst? Ne. Das war's schon. 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 Ich aber schon. Ob das bezähmbar ist. Ob das eine bezwingbare Technologie sein wird. Bin mir nicht sicher. Schatten bringt Leute um. Das macht sich furchtbar schlecht. Als Beipackzettel. Ja. Ja. Ach, das sieht toll aus, oder? Die Tastatur alleine. Was soll das sein? Was soll das sein? Aber... Ja, okay. Dup, 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 dup. Kommt man überall noch schneller ran. Und das hier. Was ist das? Naja. Also ich mag's. Ich mach mich nicht drüber lustig, sondern ich find's einfach geil. Überliegen auch die Party Accessoires um. Die Reste. Der nimmt seinen Job aber wenigstens einfach mal ernst. Oder sein Ego. Ja, hier ist schwierig. Schwierig. Was macht... Was macht man? Mit springen komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich eine von diesen Lampen hier... Ja, kann das sein? Vielleicht mitnehmen. Ah, okay. Ja, doch, doch, doch. So. Und die dann erstmal wieder zurückleuchten. Und dann kann ich die mitnehmen. Und direkt am besten hier hinstellen. Oh, jetzt hoffe ich nur... Geht das? Ja. Schön. Wie lang machen wir? Ach, wir machen ja noch gar nicht so lange. Okay. Sehr gut. So. Ah, da ist es. So. Ja. So. 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 So dumm. So dumm. So dumm. So dumm. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade richtig ist. Ne, ich kann ja mit denen nicht springen. Okay, das ist ja klar. Aber hier ist auch nichts, was sich anzustrahlen lohnt. Also eigentlich muss ich ja hier irgendwie weiter. Aber da brauche ich eigentlich weiter. Das stimmt schon. Das kann man wirklich nicht vorhersehen. Also da bin auch ich der Ansicht. Da sind die Leute irgendwie selbst schuld. Das muss man einfach als Fehler verbuchen und weitermachen. Da hat doch keiner was von. Äh, ja. Jetzt bin ich wieder hier. Da will ich hin. Da genau da hin. Shit. Kann ich irgendwie wenn ich diesen Weg hier anders erhellen könnte mit einer der Lampen dann würde es vielleicht klappen. Bringt es was? Und gar nichts. Außer, dass die Tür halt runter geht. Äh, und was war das nochmal? Geht nicht mehr, genau. Oh, so ärgerlich. Es kann wirklich gar nicht so schwer sein. Ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten. Kann ich das vielleicht schieben? Irgendwas machen? Auch nicht. Da vielleicht schieben. Ne. Oh. Okay, komm. Dann gehe ich hier nochmal gehe ich nochmal hier gucken was da Sache ist. Irgendein Hebel. Irgendwas. Komm. Gib mir was. Da oben. Äh. Oh, einfach drüber gelaufen. Oh Mann ey, fuck. Ja. Ich muss noch mal, ich muss noch mal gucken. Ich kann wirklich gar nicht damit springen. Nee. Shit. Es kann nicht so schwer sein. Ich habe es auch sogar schon mal gelöst. Also ich war an der Stelle schon mal. Aber. Gibt es hier irgendeine Mission? Nein. Vielleicht kann ich hier irgendwas. So. Vielleicht, wenn ich hier drücke, geht es da drüben auf? Auch nicht. Oder? Nee. Nee, ist zu. Also, und wenn es das letzte ist, was ich heute tue, dieses Rätsel werde ich doch lösen. Jetzt ernsthaft. Wir haben eine halbe Stunde fast durch. Wir machen noch dieses Rätsel. Damit ist die Stunde sicher. Das kann es ja wohl nicht sein. Der Chat rastet aus. Ihr wisst schon alle längst, wie es geht. Weil einer hat es sich mindestens schon mal angeguckt. Warum weiß ich es nicht? Tja. Hätte ich mal lieber live gespielt. Hm. Nee. Wie sieht das hier? Wir bauen nicht wirklich relevant aus. Okay. Es ist so einfach. Ich schwöre, es kann nur, es kann nur einfach sein. Ich habe das Ding. Da drüben kann ich nicht hin. Die Dinger kann ich nicht zusammen auf eine Ebene. Hier kann ich eventuell um die Ecke. Warte mal. Da ist doch was zum Springen, oder? Ja. Also man. Ich kann nicht einfach denselben Trick wie eben wiederholen. Das ist einfach mein Hauptproblem. Bei der ganzen Geschichte. Und warum geht hier nichts? Nie geht irgendwas. Mal geht was. Mal geht was nicht. Wecker? Okay. Das ist interessant, weil das deutet darauf hin, dass irgendjemand hier halt auch schläft. Also entweder arbeitet jemand sehr, sehr viel. Oder wir sind schon länger hier. Obwohl doch ja hier Mikrowelle mit Essen. Das ist, die Leute leben hier. Die arbeiten so viel. Das ist gut das Worldbuilding. Alles da. Okay, aber das ist nicht das Thema. Ich weiß. Es ist vielleicht einfach springen. Keine Kassetten. Okay. Und keine Kippen. Keine Kippen. Keine Kassetten. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch einfach nicht so schwer sein. Warum ist denn das so schwer? Was ist denn los? Kann man auf diese Kiste? Wie die Kamera mich auch immer verfolgt. Er weiß ganz genau, dass ich hier hadere. Aber er brüstet sich in seiner Intelligenz und fühlt sich erhaben. Das hat er gern. Ich bin schon der Hundertste, den er heute da durchjagt. Die anderen waren leider zu smart. Mit denen hatte er nicht so viel Spaß. Oh hier. Geil. Hier wird das abgebaut. Ganz schön. Eine Menge. Es ist wirklich saulustig. Weil Leute, ich kann es ja auch nicht ändern. Ich weiß, dass ihr es schon längst wisst. Aber mir fällt es einfach nicht ein. Oh Mann ey. Oh Mann. Du Scheißkerl. Hier liegen die Socken rum und... Was kann man denn noch machen? Okay. Ich mach mal eine Sache. Von der ich mir eigentlich sicher bin, dass sie gemacht werden muss. Und zwar... Das Ding erstmal hier hinstellen. So vielleicht. Und dann... Das hier... Näher ranholen. Okay. War's das schon? Oh Mann. Ich ideoot. Aber ich glaube, ich hab das Rätsel gelöst. Mann. Es ist so einfach. Es ist so... Es ist so fucking einfach. Ach. Scheiße. So. Hier steht die Scheiße. Jetzt kann ich sie doch... Genau. Hier hinstellen. Und springen. Oh Mann. Es ärgert mich, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Mann. Es ist so einfach. Und so offensichtlich. Naja. Ist ja egal. Ist ja eure Zeit. Nicht meine. So. Geh die Tür auf. Hm. Ja. Wo? Da. Ja. Das darf man nicht so sloppy machen. Das muss man... Muss man ziemlich genau gucken. Äh. Wo der Schein auch hintrifft. Bevor man... Alles absetzt. Also. Okay. So. Das war's jetzt aber. Hab ich aber auch genug. Äh. Wenn ich das jetzt zumache, würde ja alles wieder kaputt gehen. Das will ich nicht. Das war's jetzt. Das war's. Oh. Okay. So. So. Health and safety inspector. Let me do your job for you. Siehst du das große Metallbüste, die nach und nach und nach? Es ist ein Mineral-Decontaminator-Decontaminator. Ich habe ihn installiert, als ich hörte, dass meine Arbeit verloren hat. Als installiert wurde, die Zellular degratation über 37% fallen. Für deine Informationen schafft die Menschheit viel Stress auf meine Arbeit. Wie meine 12-hour-Decontamin-Decontamin. Punkt ist, es gibt viele Gründe für die Hautverlust. Schnell! 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 Hier wollte ich gar nicht hin. Also ich meine, hier wollte ich hin, aber ich wollte mal gucken, was hier ist. Aber hier ist der Anfang, oder? Hier habe ich angefangen. Ich installierte eine Fense um diesen Decontaminator. Zweifel! Meine Anwälte werden es immer unterbrechen, um Geld zu beten, wie viele Mal sie zurück und zurück gehen können, bevor der Decontaminator öffnet. Einer von ihnen fragte mich über seinen Rekord von 6. Ich sagte ihnen, dass ich ihn beeindruckt war und habe ihn gefangen. Nur fair. So, wie komme ich da hin? Das war knapp. Also die Spielmechanik hier funktioniert auf jeden Fall ein bisschen besser, als in, äh... What came... Ne, wie heißt das? Oh, lass mich nicht lügen. Those who remain. Nein. Our time together is almost at an end. There's a bridge right around the corner. Cross it and you will be on a direct path to sunshine. Ich glaub's nicht. And my security manager James. Oh, yes. He was evacuated as well. I wouldn't dare risk his help and safety. Nein, zurück. Also. Ich nehme mal an. Be careful with my lamps. At Light Matter Technologies. We treat our inanimate objects with respect. Not like those monsters of Aperture Science. Haha. Kleiner Seitenhieb zur Aperture. Und da musste ich auch die ganze Zeit dran denken, dass man... Äh... Dass das wunderbar auch zur Aperture passen würde. Aber irgendwie auch... Nicht, weil die hier etwas humaner sind. Okay. Und hier kann ich mal gucken. Ich kann die nicht so aufbauen. Okay, aber ich kann sie so aufbauen. Okay. Wenn ihr fragt, warum ich ein Lab in einem Mountain gebaut habe. Resilienz. Es war hier vor mir. Und es wird hier nach mir sein. Schau dir vor, Inspektor. Wir hatten ein unpräzidentes Event. Und dieses lebende, breathende Monument für Science steht noch immer. Ist eine solide Argumentation, die er da hat. Muss ich ihm tatsächlich Recht geben. Ich würde, wenn ich könnte, auch alles in einen Berg hineinhauen. Rocket Beans. Wäre da auch super. Leben im Berg. Ist sicher die Miete auch gut. Es ist kühl im Sommer. Aber was mache ich jetzt? Na gut. Dann muss es halt erstmal so sein. Ich glaube das ist sogar die richtige. James. Don't be too intimidated by his physique. He is the human equivalent of this Mountain. Well built. Dependable. And resilient. Okay, du findest den halt geil. Das ist mir doch gewurscht. Kannst doch machen. Kümmert mich doch nicht. Warum erzählst du mir das? Au, ich kann ja nicht springen. Ah. Ein weiteres Ding fehlt noch. Mindestens eine Lampe. Okay. Geht das auf? Shit. Natürlich. Okay, klar. James ist ein nutzvoller Mann. Während der Evakuierung, er legte Menschen über Shadows um Sicherheit. Ja. Risiken waren involviert. Aber er hat Menschen gescheitert. Wir haben die gleiche Philosophie in diesem Sinne. Ah, es ist dumm. Ich habe ein Problem. Ich muss das Ding... Aber es geht ja. So. Genau. Es geht ja über diesen Umweg. Nein. Jetzt komme ich ja darüber nicht mehr hin. Oh, mein Gehirn ist verknotet. Okay. Moment. Kriegen wir hin. Also. Das Ding muss eigentlich darüber. Es geht nur über die Plattform. Aber damit ich das... Damit ich heil wieder auf der anderen Seite rüber komme, brauche ich eben auch diese Lampe. Also kann ich die... Was kann ich damit machen? Wie stelle ich die hin? Ha. Vielleicht. Ja. Da. Da steht sie gut. Kann man denn von hier... Na, das kann man schaffen. Nein. Die Rechte ist für das räumliche örtliche Wahrnehmungsvorstellungsvermögen, oder? Ah. Du hast eine Lösung gefunden. Excellent. Du bleibst und ich werde auf die Fokus aufhalten. Nein. Das sind doch vor allen Dingen... Also in der Rechten sind wahrscheinlich Begröche... Aber das sind doch Areale im Gehirn. Aber ich weiß grad nicht, wie das links-rechts nochmal ist mit Aufteilung. Ja. 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 Der Typ, ey. Der ist so furchtbar, wie er überhaupt nicht checkt, dass er das Problem ist. Ja, ja. Ja. Ja, James. Das ist Virgil. Ich brauche... James. Calm down, James. Just... Punch something. We will find your cat later. Now focus. I need details for a new evacuation route. The inspector didn't make it across the bridge. It collapsed. Must have pushed the button too hard. Yes. Aha. I thought so. Plan out the rest of the route and do it faster than the last time. Goodbye, James. Inspector, the door is open. Roll now. Was ein Typ. All right, Inspector. Your failure to push a button has resulted in a change of plans. You will be taking a detour to another elevator. Now, show some gratitude for the amount of effort I put into keeping you alive. Keep an eye out for James' cat, Lux. James wants to know that he's safe. You see, James can't function properly when he's sad. Eh, ne. Warum... Warum mach ich das? Äh... Ja, eigentlich würde ich sagen, hier muss ich hier irgendwas... Jetzt damit beleuchten. Um später hier rauszukommen, aber... Das sieht irgendwie nicht so aus. Ja gut, das war auch echt einfach ganz schön dumm. Also das... Ich wollte es mal ausprobieren. Ähm... Was kann ich denn machen damit? Nicht viel. Nee. Noch habe ich nicht verstanden, wie diese... Lösung hier weitergeht. Aber... Also hier muss ich... Kann das Ding... Ja, das kann es. Okay, gucken wir nochmal. Unten. Na komm. Warten, warten, warten. Okay. So. Ja, das... Kann ich anbieten. Fuck. Ja... Es hat nicht gereicht. Kann ich die... Kann ich die zum Beispiel stellen auf die bewegliche Plattform? Geht nicht ganz, oder? Weil der nicht bis zum Ende durch... Geht. In der Bewegung. Ich glaube nicht. Okay, ich guck nochmal kurz. Das könnte nämlich eigentlich doch gehen. Pisskopf! Moment. Ja, strahlt schon in die richtige Richtung. Das sieht gut aus. Kacke! Kacke! Das verdammte Rohr, ne? Äh... Was könnte ich hier noch anders machen? Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Und auch... Viel weiter komme ich auch nicht, weil ich kann es von hier ja nicht mehr weiter irgendwie... tragen. Hm. Ja, ich glaube so. So. Shit! Es hat nicht ganz gereicht. Es hat nicht ganz gereicht. Also es ist eine gute Idee, nur sie ist nicht bis zum Ende durchführbar. Einfach aufgrund dieser... dieses Rohres. Kann ich vielleicht unten lang? Da ist gar kein unten. Okay. Da ist gar kein unten. Okay. Nee, echt? Kann ich da nicht hoch? Oh. Oh. Oh, das muss doch nicht sein. Das wird so gut jetzt passen. Ja, aber die Lampe, die bringt einfach nichts. Naja, gut. Ich werde es heute nicht mehr lösen. Denn ich bin jetzt müde und gehe jetzt ins Bett. Es ist ja auch schon... 3 Uhr. Jetzt raus. Da reicht es auch. Ähm. Ja, das war wie gesagt ein sehr schöner Paralleltitel zu... Oh Gott, ich muss wirklich immer nachgucken, ne? Das ist wirklich super lächerlich. Ähm. Those Who Remain. Weil beide mit dem Licht spielen. Weil beide das ganz interessant machen. Beide haben auch so ein bedrohliches Setting. Wobei man natürlich sagen muss, After Dark ist auf jeden Fall eher eine andere Richtung als jetzt das Spiel. Aber Light Matter ist auf jeden Fall was, was sich Rätselfans angucken können. Ähm. Ihr seht ja, wie es funktioniert. Da wird sicherlich noch ein bisschen mehr mit dieser Logik und dieser Spielmechanik gespielt. Aber... Es ist halt die Frage, wie viel kann man wirklich machen? Ich weiß es nicht. Ähm. Aber die Rätsel sind knackig. Und die Frage ist eigentlich, geht es noch knackiger? Kann jemand noch klüger überhaupt sein, als ich jetzt hier war? Ich bin mal ehrlich, nein. Ähm. Ähm. Muss man irgendwie anders lösen. Ähm. Deswegen seid ihr jetzt einfach weiter hoffentlich auf Kurs. Bleibt beim Rocket Beans Kanal. Bleibt dran. Seid unsere Freunde. Gebt auch mal einen Kommentar ab. Macht Daumen hoch. Was so geht. Wir sind für euch da. Ihr für uns. Wir kriegen das zusammen hin. Ähm. Und Light Matter kann ich euch empfehlen. Ist auch nicht so teuer. Kostet nur irgendwie 8, 9 Euro. Aber ihr müsst ja euch überlegen, ob diese Art von Spiel was für euch ist. Ähm. Ähm. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt After Dark. Dann allerdings wahrscheinlich bisschen mehr mit spielen. Die auch wieder was mit Horror zu tun haben. Aber es passt ja nun mal ganz gut. Weil es ist nun mal auch sehr dunkel. Und manchen von euch macht das sicherlich auch ganz viel Angst. Ganz tolle Flitzekacke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Testing f ett aquí